einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt diesmal wollen wir ein klee nicht angezockt machen das ist ein psn spiel das ich gefunden habe mega aquarium da habe ich gedacht da gucken wir doch mal rein spiel laden kann ich nicht habe ich ja nicht neues spiel machen wir kampagne in leicht fangen wir leicht so Musik Tipps, Aufgaben, Anzeigen Tipps, Aufgaben, Anzeigen Tipps, Aufgaben, Anzeigen Tipps, toll Die Qualien öffnen Musik 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 Nachrichten lesen Personal Bereich verwalten Ach, jetzt noch mal die Macht Musik Schreie Musik 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 Aber ich denke mal, wir kriegen dann noch äußere, oder? Das sieht ein bisschen mickrig aus. Wir bauen mal ein einfaches Becken, so wie das steht. Becken kaufen. Ein einfaches Becken. Einen einfachen Filter anbringen. Tiere kaufen, Ausrüstung kaufen, Filter. Einen einfachen Filter machen wir auch. Eine einfache Heizung kommen wir auch noch. Das und das. Füllen Sie Ihres Becken mit einem Pank. Ach, Fische. Becken voll. Becken voll. Also, Dekoration. Ach, wir können nur ranzoomen, okay. Wir wollen Dekorationen jetzt hinzufügen. Dekorationen. Nehmen wir mal Steine. Einmal Steine. Dann haben wir hier noch Pflanzen. Pflanze. Pflanze. Und Steine. 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 Steine, Steine, Steine. Dreimal Pflanzen. So haben wir auch jetzt gemacht. Spender für Pallets. Spender für Pallets. Okay, dann machen wir. Dann machen wir den hin. Schauen wir mal hier unten hin. So, haben wir auch gemacht. Bauer mit dem Werkzeug. Okay, eine Werkzeugstation. Halt, falsch. No. Was sollen wir noch machen? Eröffnen Sie Ihr Aquarium. Habe ich doch gemacht? Ah jetzt ist es offen. Und nein, Fisch freischalten wir nicht. Ich füttern sie jetzt. Das ist schön. Weiter deine Grundfläche. Das ist schön. Wählen Sie den Ausbau und drücken Sie mit X. Setzen Sie anschließend L. Das kann ich nicht ausbauen. Erweiter Deine Grundfläche. 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 und nur einmal Steine. Super, haben wir es geschafft. Errichten Sie ein weiteres Becken und platzieren Sie einen neuen erworbenen Riffbarsch. Ich habe doch gar keinen Riffbarsch. Doch, ich habe einen Riffbarsch. Okay, also ein neues Becken bauen. Was bauen wir denn hier rein? Zack. Und dann brauchen wir wieder Ausrüstung. Das brauchen wir. Und wir brauchen das. Halt. Das. Dann Riff. Riff ist denke ich mal nur Steine. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch besser, wenn wir hier ein bisschen Pflanzen machen. Und dann machen wir mal einen Riffbarsch da rein. So, ist voll. Errichten Sie Rang 2. Was? Rangaufstieg. Okay. Oh, ich habe neue Deko Sachen und so gekriegt. Und neun Fisch. Yeah. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Schalten Sie. König. Wenigstens ein König. Okay, also. Dann bauen wir mal wieder aus. Ausbauen. Machen wir hier hin. Und. Und. Dann sind wir weg. Becken kaufen, einmal, oh ich hätte das scheiße. Ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass da ja Mist. So, und noch ein Becken kaufen, und ein kleines Becken auch noch, gut, die müssen ja überlang laufen können, die Leute. Pflanze, 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 Stein, Stein, Pflanze. Lackzeuge, das nicht. Eco, Ausrüstung. Oh, was haben wir hier? Heizung. Das ist Heizung, und das ist Filtern. Das ist eine Kombination. Schauen wir das mal dahin. So, und dann Fische kaufen. Den sollten wir kaufen, ja. Ja, der ist voll. Haben wir das erledigt. Und wir haben einen neuen Fluss freigeschalten. Nein, noch nicht. Wir machen erstmal wieder Ausbau, denn langsam wird uns der Platz hier ein bisschen eng. Ausbauen. So, und dann müssen wir hier erstmal das da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Wir brauchen auf jeden Fall Werkzeug. Da hin. Sonst laufen die zu weit. Machen wir die Oma zentralen Ding hin. Und für eine Werkbank habe ich auch noch Platz. Machen wir noch zentral eine Werkbank hier hinten hin. Und die Müll freischalten. So, haben wir. Ah, Fische. Da ist er drauf. Ne, den haben wir gekriegt. Den sollen wir machen. Das ist ja auch ein bisschen. Ah, jetzt sind wir ja auch ein bisschen. So. Wir brauchen 500 Sterne. So. So. Das ist ja auch ein bisschen. Wie ist das? Ja. Es braucht 500 Sterne. So. Dann bauen wir noch ein Aquarium. Das setzen wir dann hier hin. Dann haben wir hier ein Aquarium für gut. Was wir noch nicht haben, hier kaufen. Und den setzen wir, wobei ist noch nichts drin, hier vorne. Jetzt sind wir voll. Jetzt den nächsten. Wir können ja mal gucken. Wir brauchen glaube ich noch Personal. Anwerben. Dann machen wir hier füttern. Bei dem machen wir reparieren. Bei dem machen wir beides. Ist doch so oberholt. Der soll überall. Zack, zack. So, wo waren wir? Da waren wir. Hier. Die Tiere. Wer wartet? Da ist ein Hochwert drinnen. Wir haben was Neues gekriegt. Eine Bank. Oh ja. Da muss ich auf jeden Fall mehr Platz machen. Bänke hinpassen. Da müssen wir nochmal ausbauen. Halt. Halt. Das ist doch nicht mächtig. Das ist doch nicht zusammen. Und die Weg mehr raus. Das ist doch nicht zuφ 운동. D Tut du dich hinter». sorta gehen mit mir auch nicht. Bei der Zeit. Okay, also, wer haben wir jetzt? So. Das machen wir hier alles mal ein bisschen schöner. Bank. So, und zwar da, da. Machen wir jetzt hier erstmal zwei Bänke und dann da und nochmal zwei Bänke. Bank, Bank, zweimal Platz. Zweimal Platz. Einmal, machen wir jetzt zweimal, zweimal, zweimal. Zweimal. Aha. So. Dann nehmen wir das hier hin. Zack. Kommen die Leute lang? Ja, die kommen lang. Zack. Und dann machen wir natürlich jetzt hier noch eine Futterstation. Ne, das klingt falsch. Aushoffung kaufen. Ne, das ist auch falsch. Wo waren das hier? Äh, Futterstation. Zack. Und dann noch eine andere Futterstation. Zack. Aha, aha, aha. So, haben wir. So, haben wir hier auch. Und dann hier noch so eine Futterstation. Und eine Werkzeugbank. Zack. Haben wir hier alles. Ja, passt. Dann machen wir das. Halt. Zack. Ich wollte das doch gar nicht wegnehmen. Ich wollte das doch nur drehen. Kommen die Leute noch durch? Die kommen noch durch. Die können auch da sitzen. Das ist okay so. So. Dann nehmen wir das weg. Und, scheiße, das stellen wir hier hin. Dann kommen die Leute durch. Dann stellen wir das. Die Seite hin. Und dann nehmen wir da hin. Da hin. Und. Das da hin. Das da hin. Das da hin. Und da hin. Und da hin. Wie heißt das? Oh, ne. Troffe her. So. Da hin. Da hin. Und da hin. Dann brauchen wir jetzt eine Personaltür. Und nochmal Bänke kaufen. Und nochmal Bänke kaufen. Und nochmal Bänke kaufen. Und nochmal Bänke kaufen. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist hier unten gut verteilt. Hier noch ein paar Bänke. Das sieht doch ganz gut aus würde ich sagen. Dann nehmen wir das hier mal und positionieren es hier. So, das positionieren wir. So, wir müssen gucken, da kommt noch was dran. Das positionieren wir hier. Und dann brauchen wir hier natürlich noch so ein Multiteil. Das setzen wir hier an. Und dann brauchen wir noch Deko für das Aquarium. Dann nehmen wir das. Und wir nehmen einmal ein paar Steine. Und dann nehmen wir Tiere. Scheiße, welchen haben wir noch nicht? Uff. Ich will es jetzt gar nicht. Ich will es noch nicht haben. So. 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 Jetzt sind wir jetzt schon fertig. So. So. So, das können wir dann hier hinstellen oder, würde ich sagen, das stellen wir da hin. Ne, Quatsch, das stellen wir hier hin. So, dann können wir hier noch ein paar Bänke bauen. So, da hin, da hin, da hin, ah, da passt nichts hin, ok. Mist. Ok, dann, da, 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 Aquarium. So, dann machen wir hier natürlich auch noch ein Deko. Ah, da ist kein Fisch dran, ok. StŽ, Fisch. Der Haupt ward fermeren raun, ohne Bo. Sehr schön. So, wir einmal sagen, da haben Welche ist denn kaputt? Ich habe einen der sich nur um Reparatur kümmert, das ist ganz gut, und einen der alles macht. Jetzt können wir ja mal gucken, wir können ja mal, opala, falsch bauen, Personaleingang bauen, habe ich doch schon, Mauer bauen, so dann kann ich hier eine Mauer ziehen, so gut. Also, ich habe einen Schrauch,wise ich imantiven Dr. Und ich habe diese nogen, ich habe einen Schrauch. Ich habe doch immerhin einem Schrauch. Also, ich habe einen Schrauch. Ich bin Dank. Ich habe einen Schrauch. Ich habe einen Schrauch. Ich habe einen Schrauch, zu schrauch. So, rückwärts. Machen wir mal schnell auf. Sieht da ganz gut aus. Aber irgendwie werden wir keine Ziele mehr freigeschalten. Ich habe irgendwas verpasst. Rangaufstieg, okay. 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 Jetzt sollte hier überall da und hier und da oben zwei. Jetzt sollte eigentlich überall was sein. hier ist es ja gar nicht drin drauf. Hier ist noch alle im grünen Bereich. hier sind noch alle im grünen Bereich. das ist da noch nicht. ich habe auch viele Tiere mehr da. Ja, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, hier ist ja gar nichts drin, aber, doch, hier ist nichts drin, aber, hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Küsse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Küsse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aber ich habe keine neuen mehr gekriegt. Speizern. Vommer Knives. Dornen. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Kurios. Also irgendwie kann ich jetzt nichts mehr machen, aber das ist doch eigentlich Story hier. Wie seid ihr da eigentlich noch voran hier? Dann machen wir das mal hier noch ein Stück weiter. Wir haben jetzt eigentlich genug Platz. Aber keine größeren Aquarien. So, wenn wir das jetzt hier hinsetzen, so. Können wir so ein großes machen, ja. Hier sind keine Fische drin. Jetzt setzen wir einfach mal Fische zusammen. Wir passen mal rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist noch nichts drin. Man bleibt hier vorne. 3. 1, 2, 3. Hier ist noch was drin. Da ist noch drin. Wobei sind welche drin. Hier sind auch welche. Da sind auch welche. Ja, dann machen wir hier einfach mal. Einfach nur um zu testen. Und da. Da machen wir zwei dran. Und Fische. Machen wir die. 1, 2, 3. Achso, die nimmt schon das alles ein oder was? Blecken voll. Ganz toll. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Die rücken wir voll. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Das war's für heute. Aber irgendwie passiert hier jetzt nichts mehr. Ich kann ja mal ein bisschen testen in der Zeit vielleicht. So, dann machen wir das so. Und dann machen wir das so. Und was ist, wenn wir dann hier einfach mal... Hier, davon welche dazwischen. Also geht nichts mehr mit ihm mal. Achso, ich hab gedacht, schade. Ich hab gedacht, da gehen mehrere. Und dann machen wir noch ein paar Fische hin. Und zwar geht die nicht. Auf den ja. Wie passiert hier nichts mehr? Ist ja langweilig. Plattfunk können wir bauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Aber irgendwie krieg ich hier nichts mehr freigeschalten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Ich kann... Habe ich hier irgendwas verpasst? Bei der Ständer hier ist doch der Tutorial. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann auch hier nichts weiter machen. Also ich hab jetzt... Okay, neuer Fische dazu. Und ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch machen soll. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann auch nicht beenden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann auch nicht schließen. Ich brauche irgendein Trophäen-Symbol, aber ich krieg ein Trophäe. Das war's für heute. Ja... 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 Ich bin... Ja... Hier 매넘 auf dem Haus... Ja... Konzentrieren... das habe ich auch nicht mitgekriegt also ich habe nur einen job dann weiß ich warum ich habe es nicht mitgekriegt dass ich einen job angeboten so aber nichtsdestotrotz würde ich hier schluss machen ich mache schon 54 minuten ich wollte eigentlich nur 20 30 minuten spielen oh man 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 nichtsdestotrotz schöne kleine süße spiel was auf einmal ganz zeitraum das so was ich nicht so gedacht hätte ich hoffe hat euch trotzdem gefallen wenn ihr fragen habt in die kommentare denkt dran däumchen werden träumchen wir sehen uns im nächsten video bis dahin erholt ist euer udi groß hier aus